Hallo und herzlich willkommen zu Lore Talk, Folge Nummer, nee, zu Untitled Document, Folge Nummer 39, also nicht Untitled Document, Folge Nummer 39, sondern Lore Talk. Ja! Haben wir nicht beim letzten Mal noch gesagt, dass wir, als wir am Ende diese Geschichte mit Aggrama richtiggestellt haben, dass das vermutlich keinen interessieren wird und trotzdem die Kommentare zu lesen sein werden, wie wir denn nur diese Sache vergessen konnten? Aha. Ist passiert, ne? Ja, ich hab's auch gesehen. Es ist passiert. Am besten fand ich die, ich glaub, das ist die Formulierung, ich bin zutiefst schockiert, dass ihr das vergessen konntet, war es zutiefst schockiert, geschockt, irgendwas so, wo ich mir dachte, da sitzt gerade jemand davor, hört den Lore Talk, ganz gemütig und dann fällt ihm so der Kaffeelöffel auf die Tasse und das haben die nicht gesagt. Oh Gott, der Arme. Das hat der nicht gesagt. Ja, das müssen wir dich. Du musst dir im Klaren darüber sein, Kraft, was wir für eine Verantwortung haben beim Machen von Lore Talk. Ja, das ist schwer. Das sind Menschen, die sind zutiefst schockiert, wenn wir in der so einfachen und wenig komplexen Lore von World of Warcraft einen inhaltlichen Fehler machen. Ja. Ich lieg oft nächtelang wach. Ja, das ist wirklich so. Das solltest du auch. Ich habe neulich erst wieder die Zusammenfassung gelesen, dass die Lore von World of Warcraft im Prinzip ganz einfach sei. Hm. Interessant. Ich finde das interessant, dass wir gerade, also wir machen ja gerade die Chroniken, das sind drei Bücher, die eine Kurzzusammenfassung der Lore sind. Zum Beispiel, was war das, der Krieg der Uhr an, der ein eigenständiges Buch oder sogar drei Bände, ich weiß es gar nicht mehr genau, drei eigenständige Bücher, die ein Kapitel sind, in der Zusammenfassung. Also demnächst Lore Talk, Hashtag ganz einfach. Zu einfach. Zu einfach. Way too easy. Oh, way too easy. Also, wenn ihr alle relevanten Lore-Geschichten als Lore Talk fertig habt, Barlow und Kraft, das sind ja maximal 1500 Stunden oder so, eigentlich recht einfach. Ja, aus dem Handgelenk geschüttelt, das ist kein Ding. Fantastisch. Sehr schön. Widmen wir uns den ersten Ork-Clans. Ja. 800 Jahre vor dem dunklen Portal. Die Oga-Revolution ändert die Kräfteverhältnisse in Drenor gewaltig. Durch das Zerschlagen der Mächte der Gron und Ogron eliminiert das gorianische Imperium, also das Oga-Imperium, zwei der größten Feinde der Orks. Die Orks, wir erinnern uns, leben bis zu diesem Zeitpunkt in Höhlen und verstecken sich vor Gron und Ogron, weil sie sich gesagt haben, Leute, lieber hier in der Höhle und frei als gefangen genommen. So. War das nicht irgendwie bei Saddam Hussein auch so? Wurde er nicht auch in so einer Erdhöhle? Das weiß ich mehr genau. Das war sehr beliebter als Wohnung, ja. Ja, also auch allgemein sehr beliebt in Höhlen zu wohnen. Man kennt das, ja. Nicht länger in ihre Höhlen gedrängt, beginnen sie zum ersten Mal seit Generationen an der Oberfläche von Drenor zu siedeln. Kriegen bestimmt direkt so einen fetten Sonnenbrand, oder? Hm, garantiert. Die Frage ist halt, wie oft die überhaupt draußen waren, weil normalerweise ändert sich doch, vielleicht gehen die deshalb so gebückt. Oh, ja, weil die Höhlen auch so niedrig waren. Ja, die haben einfach die Höhlen so niedrig gebaut. Obwohl, Moment, nee, warte mal, waren das nicht die Drenor-Orks, gingen die nicht aufrecht? Das kam zumindest jetzt mit den Magar auch, ne? Ja, mit den Magar, genau. Da kommt das jetzt ja auch für uns. Ich bin aber überlegen, ob Saurfang, war nicht Saurfang auch immer schon aufrecht? Oder war das erst wieder so nach dem, vermutlich ist das Saurfang-Charakter-Modell ja auch im Laufe der Jahre 17 Mal geändert worden, oder so? Ja, mit Sicherheit. Also bevor das so einzigartig wurde, war er, glaube ich, auch einfach ein gebückter in, was war das, T1 vom Krieger oder so? Genau, wie Sylvie war ja am Anfang auch einfach eine Nachtelfen-Modell, ne? Ja, mit einer grauen Robe. Geil. Ja, das sah irgendwie total komisch aus. Und ich habe mich gefragt, warum steht da eine Nachtelf rum? Ja, aber es ist so einfach, die Story. Ja, aber es ist total simpel. Kann man vielleicht ein andermals so, wenn wir eine Minute übrig haben oder so. Zwischen Tür und Angel. Das sind wirklich, aber es sind auch Leute, die so ein ganz schlechtes Zeitgefühl haben. Das sind so Leute, die einem dann sagen, ich muss dir ganz kurz eine Geschichte erzählen und labern dir dann so 25 Minuten Kotelett an die Backe und wundern sich, warum du gelangweilt bist. Nur ganz kurz, dauert nicht lang. Ich muss dir nur kurz was erzählen. Guten Morgen. Ne, ich muss mich nur zwischendurch hier rasieren gehen. Warte. Die Org-Bevölkerung explodiert und es dauert nicht lange, bis Überbevölkerung zu einem ernsthaften Problem wird, sodass einige der seltenen wilden Tierarten bald von der Ausrottung bedroht sind. Toll. Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass es in Kolumbien 50 Nilpferde gibt? Nee, tatsächlich nicht. Wo wir gerade von wilden Tierarten sind und weißt du, warum es die gibt? Nein. Weil Pablo Escobar, der Drogenbaron, Nilpferde haben wollte. Wow. Und der hat sich, in den 80er, 90er oder so war Pablo Escobar Zeit, hat sich dann Nilpferde hier so anschippern lassen. Die sind nicht heimisch in Kolumbien. Also ähnlich wie im Saarland, da gibt es ja auch keine Nilpferde. Und auch in Kolumbien sind die nicht heimisch. Und jetzt haben die angefangen sich zu vermehren. Die haben keine natürlichen Feinde. Es gibt keine Dürreperioden und es gibt irgendwie reichhaltig Nahrung. Und jetzt gibt es 50 Nilpferde, die ursprünglich, also aus der Abstammung von Pablo Escobar und dann sind Biologen und eigentlich Tierschütze haben gesagt, dass die werden zu einer Gefahr. Also die sind das gefährlichste Tier Afrikas. Die töten die meisten Menschen. Ja. Also nicht in Kolumbien. Da sind sie nicht das gefährlichste Tier Afrikas. Aber die werden möglicherweise auch das gefährlichste Tier Kolumbiens. Echt. Und dann sind Jäger hingegangen und haben ein Nilpferd erlegt und davon ein Foto gemacht. Und daraufhin wurde es gesetzlich verboten, Nilpferde zu jagen. Und jetzt gibt es kaum eine Möglichkeit, die in Einhalt zu bieten. Also wenn du demnächst irgendwie hier so das Nilpferdogedron oder so siehst und davon hörst in Kolumbien, dann weißt du Bescheid. Ich wurde gewarnt. Du warst gewarnt. Das ist sehr schön. So, jetzt habt ihr auch ein bisschen was über die Nilpferde in Kolumbien erfahren. Nilpferd-Lore. Ja, Nilpferd-Lore. Seltene wilde Tierarten im Gegensatz zu den Nilpferden sind von der Ausrottung bedroht. Es kommt zu Spannungen zwischen den Familien. Doch bevor es zu ernsthaften Auseinandersetzungen kommen kann, verlassen viele der Orks die Region. Das ist so ein bisschen so ein wiederkehrendes Thema, dass die sehr friedliebend zu sein scheinen. Anfangs zumindest, ja. Ja, da zu dem Zeitpunkt noch. Also da bekommen wir gleich noch mehr von. Hier gibt es so ein bisschen Stress. Und hier, ihr habt irgendwie die letzten Nilpferde gegessen. Äh, geht doch mal woanders hin. Ja, machen wir. Und überall anders. Auch anfangs jetzt in den Höhlen konntest du ja auch keinen großen Konflikt oder Großwelle machen. Da war es ja immer zusammengefärscht. Und wenn da einer mal eskaliert ist, dann war ja gleich die halbe Höhle in der Massenschlägerei. Ja, okay. Aber dann gräbst du so eine Seitengrube und dann wird er da reingestopft. Einfach eine andere Höhle. Ja, einfach eine andere Höhle. Also, friedliebend. Mhm. Spannung, aber bevor es richtig losgeht, gehen die einfach woanders hin. Sie brauchen kein Leben im Luxus, denn das karge Leben unter der Erdoberfläche hat sie genügsam gemacht. So ein bisschen wie Twitch-Chat, ne? Ja, genau so. Was sie hingegen brauchen ... Schön hier draußen, Kappa. Was sie hingegen brauchen ist WLAN. Nein, ist Land zum Siedeln. Die Orks, die in Gorgon bleiben, bilden verschiedene Clans. Und ich habe versucht, für alle die deutschen Namen zu finden, habe aber aufgegeben, weil ich sie nicht für alle gefunden habe. Ja. Und bleib jetzt erst mal bei den englischen Namen. Okay. Die Clans. Black Rock, Laughing Skull, Lightning's Blade und Dragon Maw. Mhm. Hast du vor allem Schwarzfels, okay? Ja, genau. Schwarzfels-Orks. Die Blitzklingen-Orks gibt's. Ja, genau. Lightning's Blade. Sind die Blitzklingen-Orks. Blitzklingen. Hast du, das habe ich noch nie gehört als Formulierung im Deutschen. Nee, viele von denen kennen wir echt gar nicht bisher. Lightning's Blade, die Blitzklingen-Orks. Und Dragon Maw gibt's als Waffe. Es gibt einen Kolben, der Dragon Maw heißt. Und der wurde mit Drachenmal übersetzt. Ja, genau. Die heißen Drachenmal-Orks? Drachenmal-Orks. Komisch, Maw heißt doch auch so Rachen und Schlund und so, ne? Ja. Okay. Tricky Orks. Tricky Orks. Die Drachenmal-Orks. Der Blackrock, also der Schwarzfels-Clan, herrscht über große Teile von Gorgond. Weiterhin in Höhlen beheimatet, erforschen die Orks Boden und Gestein um sie herum und werden so zu Experten auf dem Gebiet der Metallurgie und des Schmiedens. Das einzigartige Schwarzfels-Erz, das überall in der Region vorhanden ist, ist schwer abzubauen. Erlaubt es den Orks aber erstaunliche Werkzeuge und Waffen zu bauen. Schwarzfels-Klingen werden schon bald zum Inbegriff von Verlässlichkeit und Haltbarkeit. Das ist schön. Ja. So ein richtiges Markenname und so hier. Kaufen Sie noch jetzt das einmalige Set von vier Schwarzfels-Klingen. So ein Schwarzfels-Preis von 179,99. Es gibt diesen Messerblock gratis dazu. Es gibt gratis, das ist nicht im Handel erhältlich, haben die gesagt. Nice. Nicht mit zehn. Ja, wurde sofort gekauft. Die Orks, die weiter in den Osten ausgewandert sind, fühlen sich vom Tanaan-Dschungel angezogen. Die Region wimmelt nur so von Ursprünglichen und so müssen die Orks schnell feststellen, dass ihre neue Heimat hochgradig lebensgefährlich ist. Warum ziehen die nicht einfach weiter? Dann war es die einzige große Gefahr, die es gibt und die ausgerechnet, oh wie wäre es hier mit dem Dschungel. Es geht übrigens noch weiter. Also ein bisschen aufpassen. Auch wenn es Wildtiere im Überfluss gibt, check, Wildtiere im Überfluss, leben reichlich giftige Tiere und Pflanzen im Dschungel. So ein bisschen wie Australien. Ein einziger Fehler kann den langsamen und qualvollen Tod zufolge haben. Geschichten von mächtigen Orks machen die Runde, die gelähmt von einem einzigen Schlangenbiss von ungesehenen Kreaturen in den Dschungel verschleppt wurden. Geil. Und nochmal, warum geht ihr nicht einfach einen Schritt weiter? Ja, aber gute Immobilienpreise. Ursprüngliche, giftige Tiere und Pflanzen, wo du hintrittst, beißt dich irgendwas kaputt. Und dann sind da noch die ganzen Ursprünglichen. Nö, lass hier bleiben. Ja, toll. Das ist soweit gut. Ruhig. Geht noch weiter übrigens. Darüber hinaus gibt es dunkle Höhlen und Bauten, die von düsterer Energie zu erbeben scheinen. Manche Orks, die mit den Energien experimentieren, finden darin Ruhm. Andere treiben sie in den Wahnsinn. Ja. Das ist der neue Heimat. Heimatfrei. Mit Ausnahme dessen, dass es dort Wildtiere gibt, ist nichts davon besonders geeignet als Heimat, oder? Nö. Also wenn man jetzt auf dem qualvollen Tod steht, dann schon, aber... Po gibt Fleisch, kontra schmerzvoller Tod an jeder Ecke. Hm. Weiß ich jetzt nicht genau. Diese Energien, mit denen, von denen da die Rede ist, wissen wir eigentlich mehr darüber? Sind das einfach, ist das einfach die leeren Energie? Sind das leeren? Das wird irgendwie Lernenergie sein, aber viel wissen wir dazu tatsächlich nicht. Wir hatten ja auch in dem ganzen WOD-Addons, so diesen ganzen Höhlen-Gollum-Orks, hatten wir ja auch nicht so viel. Also wir werden jetzt im Folgenden noch ein bisschen hören, aber selbst als das im Addon-Thematik war, ist das ja so ein bisschen hinten runtergerutscht. Wir haben das aber auch nicht so unglaublich häufig gehabt, dass die Orks, nicht die Orks, die Kreaturen, die mit den Void-Energien arbeiten, sag ich mal, wahnsinnig werden. Nur vom Arbeiten mit diesen Energien oder vom Entdecken dieser Energien. Mhm. Oder habe ich das falsch in Erinnerung, oder haben wir es einfach nur nicht erfahren? Ne, es kommt ja auch immer ein Stück weit drauf an, ob du der Lehre nützt oder nicht. So letztendlich, wenn, naja, was heißt, wenn die keinen Bock hat, aber wir haben ja genug, weiß ich nicht, Geistesverzerrte, die sich auch dafür opfern und sonst was. Die halt auch nur so kleine Bauern in diesem großen Spiel sind. Und wenn du als ermächtigter Ork eine Waffe oder ein Mittel zum Zweck sein kannst, dann bist du das, solange bist du nicht mehr gebraucht wirst. Hm, ja. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher gerade, weil, äh, dass bei denen so ein ganz, ganz zentraler Bestandteil zu sein scheint, das klingt so ein bisschen wie 50-50, du packst das an, entweder bist du der Held oder du bist irre. Und das haben wir irgendwie noch nicht so häufig gehört, dachte ich. Ah, okay, ja gut, ja genau, so explizit hatten wir es noch nicht, das stimmt. Ähm, okay, aber ist halt bei denen so, neue Energien in den Höhlen und, äh, klappt oder klappt nicht. Tanaans Orks entwickeln wilde und abergläubische Wesenszüge. Die, denen die geistige Gesundheit erhalten bleibt, nennen sich Bleeding Hollow Clan. Zu deutsch? Clan des blutenden Auges. Äh. Ja. Die, die sich den dunklen Impulsen der Wildnis hingeben, werden verbannt. Mit der Zeit bilden sie einen kleineren Clan, die Bone Chewers, die Knochenkauer? Malmer. Knochen Malmer. Benannt nach ihrer Bereitschaft, in schweren Zeiten auf Kannibalismus zurückzugreifen. Schön, die alle gut angepasst. Ist hier noch was von der Butter da, Margret? Nee, äh, möchtest du was von hier Onkel Heinz? Ja, gib, gib mal. Schön auch. Ähm, die beiden Clans sind nie verbündet, aber auch selten im Krieg miteinander. Der Dschungel als Gegner ist ihnen beiden als Feind gefährlich genug. Das ist doch schön. Ja. Gibt einfach wenig Krieg, weil sie zwischendurch von allem gefressen und wahnsinnig gemacht werden. Hatten wir so auch noch nicht. Der Zrung noch Frieden. Die Orgs, die von Gorgond aus nach Westen reisen, siedeln in der öden und eisigen Region namens Frostfeuergrat. Ja. Benannt nach den brutalen Wintern und vulkanischen Aktivitäten. Ich habe gedacht, da ist einfach immer Winter. Also das ist ja so, wir waren ja jetzt zwei Jahre drin, haben da unsere Garni gehabt, da war jetzt immer Schnee. Das stimmt. Sehr langer Winter. Das klingt halt so ein bisschen so, der Nordpol benannt nach seinem kalten Winter. Mhm. Oder gibt es da, habe ich das immer verpasst, gibt es am Nordpol auch so eine grüne Urlaubs-Strand-Saison? Mit Nilpferden. Ich glaube nicht. Mit kolumbianischen Nilpferden. Ja. Die Drogenbaronen-Nilpferde. Mit so kleinen Kokain-Täschchen an den Beinen. Ja, das ist doch was für die Kinderüberraschung anschreiben. Kolumbianischen Nilpferde. Die koksen in Hippos oder so. Sehr gut. Die Orks reisen nach Westen und weiter brutale wintervulkanische Aktivitäten. Einige der Orks glauben, dass man sich der Umgebung anpassen müsse. Zwei Clans, die Frostwölfe und die Weißklauen, White Claws, lernen die Jagd Seite an Seite mit den Wölfen der Region und machen sich diese sogar zu Freunden und Haustieren. Und dann kriegen wir wieder eine Quest, wo wir mit einem von denen rumlaufen und sein Wolf getötet wird. Ja, instant, mit einem Sperr. Zack. Immer, sofort. Solche zum Arschloch-Quests halt. Bei mir ist das egal, wenn du irgendwo eine Million Gnome überrollen kannst, aber als der Wolf gestorben ist. Ja, oh. Oh Mann, Mann, Mann. Träne wegwisch. Stell dir mal vor, das wäre eine Daily. Boah. Jedes Mal aufs Neue. Geil. Der andere Orks wiederum versuchen, sich das Land untertan zu machen. Der Donnerfürst-Clan, heißen die so? Von der Lord? Durchstreift die gefrorene Einöde in großen Rudeln auf der Jagd nach den furchteinflößenden Gronn. Ein einziger Jagderfolg gibt ihnen Nahrung für Wochen, aber wenn die Jagd fehlschlägt, brechen für die Orks schwere Zeiten an. Das ist ziemlich doof, so, ne? Das ist recht riskant auf jeden Fall, ja. Also so ziemlich binäre Arterhaltung. Entweder wir fangen was und haben dann für Monate oder nichts und dann verhungern wir. Ja, und die ganzen Krieger sind auch noch tot. Ja, schade auch. Die Orks, die es nach Süden verschlägt, landen in den reichen und fruchtbaren Ländern von Thalador. Drei Clans siedeln in der Region. Die brennende Klinge, Rotwandler und, was haben wir denn noch, Klingenwinde? Ja. Noch nie gehört, die beiden letzten Redwaters und Bladewinds. Ja, viele davon werden vermutlich nicht so lange auf der Wegfläche sein. Mir ist mal an. Ein vierter Clan wandert sogar noch weiter nach Südwesten in die offenen Prärien von Nagrand. Bekannt als Kriegshymnen-Clan wandern die Orks wie Nomaden durch die Weidelandschaften und bleiben selten länger als nur ein paar Wochen am selben Ort. Der Kriegshymnen-Clan kämpft mit den Ogern der Region ständig um die Vorherrschaft in Nagrand. Einigen Generationen gelingt das besser. Ich habe in vielen Stellen gefragt, ob wir das wiedererkennen können in den diversen Iterationen von Drenor, die wir kennen. Und das können wir. Also in Nagrand, ich weiß nicht, ob im Alten und im Neuen, ich überlege gerade, was im Alten, im Neuen gerade drin war, doch auch. Da ist ja dann auch mit Hochfels die Ogre-Festung. Ich glaube, da sind nicht so viele Orks drin gewesen, oder? Waren auch viele Orks. In Hochfels gar nicht, aber die sind auf den Straßen patrouilliert auf jeden Fall. Und im Alten, im Burning Crusade Drenor, da sind ja auch sehr, sehr viele Ogre-Festungen noch an dem Ring, an dem, der, der, wie heißt es denn, wo es die Arena-Quest gibt, an der Arena. Ring des Blutes, ja. Genau. Da sind ja noch ganz, ganz viele, eigentlich an jeder Ecke, sind irgendwelche Ogre, aber auch sehr, sehr viele Orks. Der Clan hat gefallen am Kämpfen, doch manchmal endet das Provozieren der Ogre im Desaster. Ja, verrückt, verrückte Geschichte. Crazy. Dass das Provozieren der Ogre nicht immer, immer gut ausgeht. Ganz verrückt. Ja, seltsam. Die Ogre, von denen einer Solo Grons umboxt. Na, na, scheiß Ogre, bist du hässlich mit zwei Köpfen. Bam! Siedlung weg im Brotsel. Im Südosten formt sich ein weiterer Clan im Schattenmond-Tal. Diese Orks leben weit weg von den goryanischen Siedlungen, verhältnismäßig in Frieden. Der Schattenmond-Clan bewundert den sternenerfüllten Himmel und glaubt, aus Sternenbewegungen die Zukunft lesen zu können. Die Orks der Region sind ein tief mystisches Volk, das Traditionen und Rituale rund um die Astrologie und das Verehren der Ahnen entwickelt. Der Dragon, nee, was haben wir gesagt, Drachenmahl-Clan. Im Orkischen heißt der Drachenmahl-Clan Nekhor Shomash oder Schrei der Bestien. Der Clan verdient sich seinen Namen, als es ihm gelingt, die wilden Rülaks geflügelte Kreaturen am Rande Gorgrons zu zähmen, die sie die Nelgor oder treue Bestien nennen. Als die Drachenmahl-Orks in Azeroth auf Drachen treffen, nutzen sie denselben Begriff. Der Name des Drachenmahl-Clans ändert sich nie, seine Bedeutung hingegen schon. Verstehe ich nicht ganz. Die Drachen werden ja bezeichnet als in Azeroth heimisch. Warum nennt man die Drachenmahl-Orks, also Drachenmahl-Orks, wenn es Drachen bei denen gar nicht gab? Ja, na gut, es sind ja streng genommen, hatten wir schon mal mit diesen Büfern und so, diese Unterscheidungen, hatten wir uns schon mal unterhalten, glaube ich. Oder die Rülaks für sie auch Drachen. Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Letztendlich sieht böse aus, spuckt irgendeinen Odem, ist ein Drache. Ich verstehe aber dann wiederum auch nicht, wie sich die Bedeutung ändert. Also Dragonmahl heißt nicht nur Drachenmahl, sondern eben auch sowas wie Drachenschlund, also Drachenmaul, Drachenschlund und also vielleicht in der Richtung. Ich habe aber nicht ganz begriffen, was genau jetzt die Änderung in diesem Begriff sein soll. Naja, letztendlich kennen wir die auch als Orks, die Drachen gerne platt machen. Ach so, ah ja. Vermutlich zieht das in die Richtung. Von den Freunden der Drachen zu den Vernichtern der Drachen. So, weil die Schwarzdrachen haben sich natürlich dann auch weniger gern versklaven lassen. Ja, dass sie auch so wählerisch sind immer, ne? Ja, herrlich so. Echt. Frechheit. Der erste Schamane. Die Schattenmondmystiker pilgern auf der Suche nach göttlicher Eingebung durch die gesamte Welt. Viele der Reisenden haben in der Nähe der Berge im Südwesten von Nagrand fremdartige Visionen und Träume. Wieso Südwesten? Südwesten? Ich habe gedacht, dass wir reden, ist im Norden. Habe ich das falsch übersetzt? Nö, hast du nicht. Da steht auch Südwesten, ne? Ja. Egal, wir reden weiter. Südwesten, fremdartige Visionen und Träume. Gut. Was sie nicht wissen, ist, dass hier die letzte Ruhestätte Grons liegt. Elementare Energien durchdringen die Region, ganz besonders am Fuße der Berge. Dort bildet der Kopf des Riesen eine kleine Insel inmitten eines ruhigen Sees. Die ersten Schattenmondbesucher, die von diesem Ort erfahren, nee, an diesem Ort erfahren von den ursprünglichen Geistern von Feuer, Luft, Erde und Wasser. Die Orks behandeln diese Wesen mit dem äußersten Respekt und nennen den Ort ihrer Entdeckung den Thron der Elemente. Der ist doch im Norden von Nagrand. Ich gucke gerade auch nochmal. Du könntest den Gameclient aufmachen, aber der ist doch im Norden. In den Bergen im Nordwesten. Doch, im Nordwesten. Hier steht es. Oder war die Region einfach größer oder anders gelagert mal? Ja, aber nicht so groß von Nord nach ganz Süd, oder? Das weiß ich nicht. Wer hat sich die Achse ja gedreht? Die haben die Karte einfach gedreht, bis es anders aussah. Karte gedreht. Sehr gut. Gut. Ja, also Thron der Elemente. Die Geburt des Schamanismus unter den Orks ist ein sehr behutsamer Prozess. Diese Kinder des Steins strömen zu Grons Überresten und lernen, die Elementargeister mit offenen Herzen und einem Sinn für Harmonie zu leiten. Auch da wieder. Voll Peace und so. Ja, mega nett einfach. Mega nett. Anders als die Ogre, deren rücksichtslose Zauberei die Erde geformt hat, halten die Orks ihre Mächte in Ehren. Und wenn die Elemente einem Schamanen Macht verleihen, sind die Auswirkungen erstaunlich. Fluten können abgewendet werden. Ich sage halt euch, Moses. Ja, im Green Jesus, jetzt haben wir Moses. Fluten können abgewendet werden. Starke Winde können Arakoa-Plünderer zurückschieben. Nie ein Ork zuvor konnte solche Wunder beobachten. Kein Ork zuvor hatte eine solche Verbundenheit mit der natürlichen Welt. Die Schattenmond-Orks sind die ersten, die sich in den Dienste-Elemente stellen und sie machen aus Grons Kopf einen einfachen Tempel. Toll. Schon bald? Ja, ist doch schön, oder? Guck mal hier, das ist unser großer Held. Da haben wir seinen Kopf gefunden. Machen wir einen Tempel draus. Zack. Wunderbar. So, Kniescheibe, da machen wir jetzt Stühle draus und so. Ein paar Vorhänge, ein paar Pfosten. Vorhänge, super gut. Schon bald verbreiten sie ihre Lehren unter den anderen Orks und fast jeder Clan übernimmt ihre Praktiken. Auch hier? Erstaunlich. Weil wir haben ganz, ganz viele Völker kennengelernt, auch in der Geschichte von World of Warcraft, die solche Energien definitiv nicht geteilt hätten. Vor allem unter allen Clans. Genau, die einfach nur gesagt hätten, wir streiten uns sowieso gelegentlich, jetzt wollen wir die Macht haben, wir sind der beste Clan, den es gibt. Und so wie bei den Gilden. Ja. Ihr kriegt nichts davon ab. Elementar Cell Run. Nee, kein Elementar Cell Run. Acht von Acht. Nein. Einfach so. Hör mal, hier wollt ihr auch Schamanen haben. Kommt mal vorbei, wir haben da einen Tempel gebaut, hier beim Brond. Und kriegt er auch von uns mit. Gecarried umsonst. Geil. Selbst die Jüngsten unter ihnen werden von Kindesbeinen an aufgezogen, unerschütterliche und standfeste Verbündete der Elementargeister zu sein. Sobald sie erwachsen sind, reisen die jungen Orks zum Thron der Elemente und ersuchen den Segen der Geister. Sie begeben sich in eine Trance, um ihren Geist in Einklang mit den Elementen zu bringen. Einige Orks werden als würdig erachtet, andere nicht. Von wem als würdig erachtet? Von den Geistern oder von den anderen Orks? Von den Geistern. Dann sicherlich auch von den Orks nicht mehr. In einem Versuch, durch den Schleier der physischen Welt zu greifen, kommunizieren einige Orks sogar mit dunklen Mächten. Diese armen Seelen blicken versehentlich in ein Reich weit ab von Draenor. Die Leere. Und was sie sehen, treibt sie in den Wahnsinn. Die, die es überleben, werden verbannt aus ihren Clans und gezwungen in Abgeschiedenheit in den Höhlen unter Nagrand zu leben. Weiße Schädel werden auf ihr Gesicht tätowiert, um sie als tot zu markieren. Schick. Ja, schick. Nicht nett auch. Da willst du einfach nur lernen, wie du das Feuer anmachst, bam, in die Leere gegriffen und schon musst du wieder in die Höhle zurück. Ja, super. Die Orks, die von den Elementen willkommen geheißen werden, kehren zu ihren Clans als respektierte, geistige Anführer zurück. Gibt es zwischen Anführer und durchgeknallt auch Zwischendinger? Es gibt nur die Extreme. Hier steht nicht, dass nur ein Teil von denen dahin geschickt wird oder dass es vorher einen Auswahlprozess gibt, sondern nur, dass die jungen Orks, nur sobald die erwachsen sind, Reisende hin, Drohne, Elevente, ihr kurz in die Leere gegriffen, entweder einen an der Klatsche oder zurück als Schamane. Ja, aber wir hatten ja in diesen Höhlen auch immer verdammt viele. Also wenn ich mich da an Bonus-Ziele sonst erinnere. Aua. Aua. Und außerdem gibt es dann auch nur noch Anführer, wenn die, die wiederkommen, alle Anführer sind. Ich bin Anführer. Nein, ich bin Anführer. In der Neue. Nee, ich bin der Neue. Wen führst du an? Mich selber vielleicht? Ja, ein Mann-Gruppe. Ja, ihr Ratschlag ist hochgeschätzt und wird nur noch vom Wort des Chieftain übertroffen. Chieftain auf Deutsch? Häuptling. Häuptling, ah ja, okay, klar. Des Häuptlings also. Der Bund zwischen den Schamanen reicht über die Clan-Grenzen hinaus, sodass sie es sind, die als erste friedliche Vermittler bei Konflikten dienen. Und schon wieder, alles friedlich, alles clanübergreifend, Alles cool. Ja. Der Schattenmond-Clan ruft das Koschark-Festival ins Leben. Eine alle zwei Jahre stattfindende Versammlung der Schamanen. Schon bald beheimatet das Treffen allerdings alle Orks. Das Koschark wird zu einer der seltenen Gelegenheiten, an denen die Clans ihre Rivalitäten vergessen, Neuigkeiten miteinander teilen und Freundschaften knüpfen. Toll. Ganz friedlich. Ja. Was soll passieren? Die ökigsten Ökos, die wir bisher überhaupt kennengelernt haben. Einfach wirklich so. Happy Orks. Happy Orks. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Die ersten Ork-Clans. Wir haben die Oga-Revolution und die ändert die Kräfteverhältnisse gewaltig, unter anderem aber auch dadurch, dass es ja schon vorher eigentlich keine Feinde mehr von den Steingeborenen gibt. Denn die Unterkunft, die Überwucherung ist zurückgeschlagen und zerstört und so weiter und so fort. Und die wenigen ursprünglichen, die es gibt, sind noch irgendwo im Dschungel. Das heißt, das ist der erste Teil des Machtimperiums oder der Kräfteverhältnisse, dass erstmal deren gesamte natürliche Feinde fehlen. Dann zerschmettern die Oga im Prinzip Gron und Ogron, beide, sodass jetzt die vorherrschende Rasse erstmal die Oga sind. Da die Orks nicht zunächst mal zumindest unmittelbar die Versklavten oder von der Versklavung durch Oga bedroht waren, sondern die Oga ja selber auch Sklaven waren, ist jetzt für die Orks auch alles weg, was der größte Feind war zumindest mal. Die kommen jetzt aus ihren Höhlen raus und denken sich, oh, ja, sieht gut aus hier, ne? Und da ihnen ja alles fehlt, was ihr Gegner ist, vermehren die sich wie die Kanickel. Und man stellt schnell fest, jetzt geht uns hier langsam das Essen aus. Anstatt wie jede andere bisher kennengelernte Rasse sich gegenseitig die Köpfe einzuhauen und von alten Göttern versklaven zu lassen, sagen die, ach so, ja dann gehen wir einfach, tschö. Und das machen die und zerstreuen sich im Prinzip in alle Himmelsrichtungen. So, brauchen nichts Besonderes, das Einzige, was sie brauchen, ist Land, also Platz. Dann haben wir welche, die im Prinzip über die gesamte Weltkarte, die Gorgon, in Gorgon sind die Schwarzfels, lachender Schädel, Blitzklingen-Orks und Drachenmahl. Dann haben wir, die Schwarzfels werden noch erwähnt, dass sie halt für Waffen und Bergbau und so quasi die Zwerge der Orks bekannt sind. Dann haben wir welche, die in den Tanaan-Dschungel gehen und da läuft es jetzt nicht so ganz gut insgesamt für die Orks. Und zum einen, weil sie dort in Berührung mit düsteren Energien kommen und die Hälfte von ihnen eine Klatsche hat. Und zum zweiten, weil es dort tonnenweise natürliche Feinde gibt. Und dort gibt die was, blutiges Auge oder wie die heißen? Blutendes, ja. Blutendes Auge und die Knochenmalmer. Und die Knochenmalmer sind die verstoßenen, verrückt gewordenen Orks, die eben mit den Mächten der Leere experimentiert haben. Und die unter anderem auch als Kannibalen bekannt sind. Und das sind ja Knochenmalmer, weil die ja gerne drauf rumknabbern. Krieg haben die selten miteinander, sind aber auch nicht wirklich Verbündete. Es gibt ein paar, die reisen noch ein bisschen weiter. Nämlich in den Frostfeuergrat. Dort gibt es die Frostwölfe und die Weißklauen. Die unter anderem sich die Wölfe zu ihren Feinden, nicht Feinden, Freunden machen. Also Reittiere und Hunde und so weiter. Und den Donnerfürst-Clan, die Gronns jagen oder Gronn jagen und davon leben. Es gibt so viele Clans, ne? Ja, das ist... Dann haben wir noch welche in Talador, von denen eigentlich nur die brennende Klinge halbwegs interessant ist. Das ist die einzigen, von denen wir jemals wieder hören, glaube ich. Ja. Ein bisschen noch weiter nach Süden. Beziehungsweise Südwesten geht es in Nagrand und den Kriegshymnen-Clan, der uns natürlich bekannt ist. Zumindest durch die Kriegshymnen-Schlucht, den Leuten bekannt ist. Und die laufen da so ein bisschen durch die Gegend, durch die Weidelandschaften und so weiter und so fort. Sind Nomaden. Kämpfen ständig mit den Ogern der Region um die Vorherrschaft in Nagrand. Und ja, den manchen gelingt das eher gut und die anderen provozieren die Ogern ein bisschen zu sehr. Noch ein bisschen weiter geht es ins wunderschöne Schattenmond-Tal, das die Allianz ja besonders gut kennt, weil sie ihre Garnison, doch, Garnison ist das Ding, ne? Und die leben so weit weg von den Gorianischen Siedlungen, dass ihnen im Prinzip nichts passiert und sie da in Frieden sind. Und die wiederum entwickeln so eine Affinität zur Mystik-Magie im Laufe der Zeit. Und sie werden so Sterndeutern und ja, und so. Welche von ihnen, Mystiker von ihnen, pilgern durch die gesamte Welt und entdecken plötzlich in Nagrand so Quellen von Energie, die ihnen Träume und Visionen beschert und wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es im Prinzip ihr Urvater ist, Gronnd. Dem sie abstammen, bauen dort aber, wo seine letzte Ruhestätte ist, ein Tempel und den Thron der Elemente und erkunden die elementaren Energien und werden so ein bisschen eins mit den elementaren Energien und formen halt ganz, ganz vorsichtig und behutsam im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Zauber. Also fast alle anderen Zauberer, die wir kennengelernt haben, waren ja das, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber denen ging es nur darum, die Energien, die sie gefunden haben, als Quelle für Macht zu nutzen, ne? Ja. Das ist ja bei den meisten Zauberern, die wir bisher kennengelernt haben, so das treibende Ding. Man kann natürlich auch sagen, lag vielleicht auch daran, dass das im Laufe der Zeit passiert, wenn man erstmal diese Kräfte hat und sammelt, dass man dann gierig nach mehr und mehr ist. Was hier ganz wichtig ist, dass wir erfahren, dass die Orks komplett anders ticken. Denen geht es darum, in Einklang mit der Natur zu sein und im Prinzip auch die Mächte, die sie da so anzapfen und finden, zu befragen, wer von uns ist denn überhaupt würdig, diese Mächte zu nutzen. Ja. Und so entsteht halt der Schamanismus. Und die Schattenmond-Orks, die das Ganze entdecken, behalten das nicht für sich. Auch das ist bei so Clanen und Grüppchenbildungen innerhalb von einer Rasse sehr unüblich. In den meisten Fällen, die wir in der Vergangenheit her kennengelernt haben, in WoW ist es eher so, dass das dann für sich behalten wird, um selber die Vorherrschaft innerhalb der Rasse zu haben. Und teilen es mit allen anderen Orks und die wiederum beginnen auch ihre Schamanen auszubilden und dann kommt es eben dazu, dass, und ich weiß nicht genau, ob es alle sind oder halt nur ein Teil der auserwählten jungen Orks, dann zum Thron der Elemente geschickt werden und dort irgendwie, ja, ihre Verbindung zur Magie und zur Natur entdecken und entweder zurückkommen als, ja, geschätzte Schamanen, die nur noch unter den, wie haben wir gesagt, Stammeshäuptlingen? Ja, Häuptlingen, ja. Damit man halt erkennen kann, so, die gehören jetzt nicht mehr dazu, die gehören nicht mehr zu uns. Das wird zentraler Bestandteil der gesamten Ork-Kultur, diese Schamanen. Und soweit, dass die jährlich, nee, alle zwei Jahre ein Happening, ein Meeting machen, wo sich zunächst mal nur die Schamanen treffen und das später so eine ganz große Ork-Fete wird. Ja. Und alle Orks dahin kommen und Party machen und das Ganze so gut funktioniert, dass sie sogar die bestehenden Differenzen, Streitereien, Kriegsbeile beiseite legen und begraben zu dieser Zeit und dort neue Freundschaften knüpfen und, ja, Geschichten teilen und so weiter und so fort. Ja. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Ah, ich finde immer ganz interessant. Weißt du, warum der Kriegshymnen-Clan so heißt? Kriegshymnen-Clan, nee. Die machen in ihre Waffen, wie Blutschreie zum Beispiel, hauen die oben in die Spitzen ein paar Löcher rein und lassen die Waffen dann, bevor sie sich in Kampf stürzen, in so einer Luft kreisen. Ah. Und das erzeugt dann so eine gewisse Melodie. Fand ich auch ganz interessant. Das ist in der Tat interessant. Dass du schon rennst, wenn du nur den Sound am Horizont hörst quasi. Werden die Waffen denn von den Schwarzfels-Orks hergestellt? Das ist eine sehr gute Frage. Also das mit den Löchern machen sie auf jeden Fall selber, insofern. Können sie sich auch kaufen und dann pimpen. Das ist eine psychologische Kriegsführung, ne? Genau. Wenn da so einen groben Hell-Scream auf dich zukommt, schön mit einer Melodie im Rücken. Ja, wobei, also wenn die Axt mir ins Gesicht kommt, dann interessiert mich jetzt nicht, ob die summt. Das stimmt wohl. Die finde ich auch so schon relativ beeindruckend. Eben. Ja, fand ich schön. Das ist in der Tat eine schöne Geschichte. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele von euch bestürzt und entsetzt haben mit der heutigen Folge. Macht es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.